Leute, ich habe hier gerade das geilste Fischbrötchen von ganz Selin. Wir sind in Seedorf. Seedorf. Ihr müsst hier unbedingt hin. Seedorf ist richtig schön. Das ist die Ruderbootfähre. Das ist einfach so cool, damit zu fahren. Was für ein süßes Fährhaus. Das müsst ihr unbedingt auch machen. Danke für die schöne Überfahrt. Jetzt ballern wir da volle Kalle runter. Geil. Wenn ihr jetzt riechen könntet, wie gut der Raps riecht, das ist der Hammer. Ich bin jetzt in der Granitz und lauf zur Waldhalle. Man kann da vom Hochuferwanderweg langgehen. Und der Wald hier, der ist richtig schön. Hier steht nur Buchen. Königin der Ostsee. Das ist hier mein Lieblingsfleck am Seliner Strand. Das sind zwei Kilometer Sandstrand hier. Und jetzt gehe ich baden. Das ist die Seebrücke von Selin. Das ist der Hotspot hier überhaupt. Wenn ihr ein Selfie macht, dann könnt ihr das hinterher posten mit Hashtag ich bin ein Seliner. Das ist der Hammer hier. Das ist der Hammer. 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 Das ist der Hammer.